Heute gibt es wieder ein Lied für den Tag und es ist diesmal von Johann Sebastian Bach, eine kleine Aria. Liebes Herz, bedenke doch deines Jesu große Güte. Es singt also von der Liebe und Freundlichkeit Gottes. Kerstin Kunze und ich posizieren dieses Lied für Sie. Kerstin Kunze und ich posizieren dieses Lied für Sie. Kerstin Kunze und ich posizieren dieses Lied für Sie. Kerstin Kunze und ich posizieren dieses Lied für Sie. Kerstin Kunze und ich posizieren dieses Lied für Sie. Untertitelung des ZDF, 2020